Ja, hallo und willkommen zurück. Gut, wir müssen uns für einen Weg entscheiden. Deutscher Rundierungspunkt. Ja, wo gehen wir jetzt lang? Wo man beide Wege machen kann? Ich halte dich für einen Weg. Gibt es dazu denn irgendwas? Entwicklung. Hm. Wüsterwald? Jedentown. Nur eingelöst. Wo gehen wir lang? Die Brücke ist Payne. Ich glaube, ich gehe zum Vor. Ich gehe zum Vor. Ich gehe zum Vor. Wir werden ja sehen, was passiert. Vielleicht kann man den anderen Weg ja auch noch erkunden. Irgendwo müssen wir ja hin. Gut, mal gucken, was es hier erwartet. Neue spannende Gegner. So, hier war doch irgendwo noch ein Geheimnis, ne? Jo, hier runter. Da ist ein Orientierungspunkt. Mal gucken, was wir da finden. Wir werden irgendwas finden. Jo. Jo. Ist jetzt nicht viel. Okay. Okay. Was haben wir denn hier? Diese Stimmen, diese Stimmen. Ich fühle mich etwas entfernt. Okay, hier ist noch gesperrt. Ah, come on, hier. Hier will mich doch deshalb garantiert was töten. Oh, hier ist noch ein Geheimnis. Und... Haben jetzt alle kaputt gemacht? Sehr schön. Ich kann hier runter. Yay. Wahrscheinlich kann ich nur noch nachher da wieder hoch. Eine Kiste. Das Horn ruft mich einfach, ne? Muss... Ich muss da hin. Haben wir jetzt alles entdeckt hier? Nö, ich muss hier vorne rum. Okay. Hier vorne ist noch ein Fragezeichen. Wollen wir was wagen? Wollen wir es einfach wagen? Ähm... Anifestation muss das sein, oder? Wollen wir uns wieder voll... Wollen wir es einfach hin? Ich bin noch vorne. Ja. Ich habe noch Choffeln. Er hat gut gezwiebelt. Na komm. Damn. Na komm schon. Okay. Na. Ja. Musst dich erstmal loswerden. Hey, entspann dich, bro. Weg mit dir. Jawoll. Jawoll, hätten wir das. Liete. Zack. Dann können wir jetzt wieder zurück. Jawollo. Es ruft mich. Es ruft mich immer noch. Was ist denn da drüben? Was ist hier? Ah, ich... I see. So, die Brücke ist eh im Arsch. Ha. Was ist da hin? Na, schieß dir das Bein weg. Was ist da hin? Warte. Spektra. Spektra. Press off. Dann kam der Krass. Dann kam der Krass. Na, komm schon. Na, wo bist du denn? Das geht ja schon spannend hier los. Noch irgendwas hier? Irgendwas Verborgenes? Stimmt, hier ist ja die kaputt. Ich muss da also hoch. Okay. Mal gucken, was hier drin so schönes gibt. Ich denke, diese Bereich ist ähnlich zu den Maps und Strukturen. Das ist sehr, sehr unheimlich hier. Oh, Mines. Ich glaube, ich glaube, ich werde hochladen. Aber... Guck mal, warum? Ich bin definitiv nicht alleine hier. Hier ist die Kiste. Wo? Das schnapp ich mir erstmal noch. Ausgleichs, ich komme da hin. Natürlich komme ich da nicht hin. Ich muss da wieder irgendwie anders ran. In meiner Schwiebel vorliegen. Ich bin da irgendwie rüber. Moment. In der Scherbe. Nehmen wir doch gleich mit. Hier gerade das C, ne? Ja, da. Ich bin da. Erstmal noch nicht. Erstmal muss ich mich einmal angucken. Hier gibt es so ein Fell. Hier gibt es so ein Fell. Die Sache, wie komme ich jetzt... Hier geht noch nicht hin. Da muss ich erstmal irgendwas hinschieben. Kann ich hier nicht irgendwie klettern? Ich weiß es nicht. Ich muss hier irgendwie klettern können. Ich muss mir das jetzt erstmal einmal angucken. Na, das war dann eben. So weit weg. Na, das war klar. Was? Muss doch hier irgendwie eine Möglichkeit geben. Klettern. Ja, das ist das. Da komme ich so nicht hin. Habe ich hier irgendwie was, um da hinzukommen? Das war es da unten. Das war es da unten. Ja, hier kann ich nicht hochklettern. Hm. Da gibt sich gerade auch keiner. Gibt sich echt gerade auch keinen Weg, ne? Hey, ich sehe doch garantiert wieder irgendwas. Ich sehe doch hier schon wieder irgendwas. Irgendwas übersehe ich doch hier, wo man runterkriechen kann, langkriechen kann. Hundertprozentig. Hundertprozentig. Oh, wo reich war da das Ding anscheinend nicht, oder? Hä? 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 Ich verstehe das gerade nicht. Ja, ich muss ja irgendwie hoch. Irgendwas, was ich hier anvisieren kann. Da ist eine Kiste, ja. Oh, was übersehen, hundertprozentig. Hm. Not quite. Er ist erschlagen. Jetzt bin ich oben. Ja, wirklich ganz oben, ne? Da ist das Ding, was ich unterschießen wollte. Hier? Da muss ich noch hin. Dann machen wir das Ding. Da müsste ja noch das Ding, okay. Runter kommen sie alle, ja. Das ist erstmalig geil. Das Ding. Ich hör's. Ich hör's. Ja. Ich hör's. Ich hör's. Hey. Da ist das Ding. Ja? 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 Jahrgut. Ja? Wie komme ich zu dieser Kiste? Nicht echt überlegen. Okay. Wird ja einen Weg dahin geben. Gucken wir uns gleich mal um. Vielleicht entdecken wir ja was. Da muss ich erstmal drüber nachdenken. Wir kommen ja gar nicht hier nochmal irgendwann wieder. Das ist ein Kiste. Wenn ich in diese Kiste entkomme, das ist mir noch ein Rätsel. Auf den Laden. Okay, okay. Alles klar. Und dort hin. Um es ist ja kalt. Ich bin in die Kiste. Ich bin in die Kiste. Ich würde sagen, dass ich zu sagen, aber... Ich habe in die Kiste in der Kiste in der Kiste. Ich bin in die Kiste in der Kiste. Bis dahin. Ciao.